Hallo und herzlich willkommen zu dieser Web Session über den Migration Booster. Mein Name ist Malte Haring, ich bin Product Owner bei der Bluetelligence und verantwortlich für die Performer Suite. Die Performer Suite beinhaltet den Migration Booster als Software Komponente und den möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich habe eine ganz kurze Agenda mitgebracht für diese Session. Wir werden einleitend zunächst einmal darüber sprechen, was der Migration Booster für eine Software ist und für welche Migrationsszenarien Richtung BW4HANA er besonders gut geeignet ist, was die Besonderheiten des Migration Boosters sind und dann werden wir natürlich mit einer kleinen Vogelperspektive auf die Rolle des Migration Boosters während der Migration zu sprechen kommen und sobald Sie das Grundkonzept verstanden haben, schauen wir uns das Ganze in einer Live Demo an, die ich vorbereitet habe. Das heißt, wir werden tatsächlich auch eine ganz kleine BW-Applikation mit dem Migration Booster von einem Alt-BW-System in ein neues BW4HANA-System migrieren. Genau, schauen wir zunächst einmal nochmal auf die Performer Suite. Ich hatte es eben schon erwähnt, der Migration Booster ist Teil der Suite, ist natürlich nicht das einzige Produkt innerhalb der Performer Suite. Da befinden sich zum Beispiel auch der Doku Performer zur automatisierten Dokumentation, der System Scout für die Systemanalysen und der Translation Steward für die Übersetzung von BW-Objektbeschreibung. Heute soll es ausschließlich um den Migration Booster gehen und bevor ich den zeigen werde, schauen wir uns jetzt einmal grob an, wofür er besonders geeignet ist. Der Migration Booster ist natürlich für BW4HANA-Migration geeignet, aber insbesondere für die Migrationsszenarien, in denen Sie die Applikation neu bauen, neu denken wollen. Also er eignet sich nicht für Migrationen, wo Sie die alten Applikationen mit einem minimalen Aufwand eins zu eins migrieren wollen, wo Sie nichts anpassen wollen, sondern gerade für die Applikationen, die Sie im Grunde genommen im neuen BW4HANA neu aufbauen wollen, aber das mit möglichst wenig Aufwand. Er eignet sich insbesondere dann, wenn Sie während der Migration eine neue Namenskonvention durchsetzen wollen, sprich Sie wollen die Objekte technisch umbenennen, um Ordnung in dem neuen System zu schaffen. Er eignet sich auch dann, wenn Sie im Sinne von Aufräumarbeiten Konsolidierung betreiben wollen. Das funktioniert auf Systemebene. Sie können also Applikationen aus verschiedenen alten System konsolidieren in ein neues BW-System. Sie können das Ganze aber auch auf Objektebene machen. Beispielsweise können Sie verschiedene alte Info-Objekte konsolidieren zu einem neuen Info-Objekt. Das sei zu Beginn einmal gesagt und wir schauen uns jetzt aus der Vogelperspektive an, wie der Migration Booster bei der Migration eingesetzt wird. Was wir hier sehen, ist auf der linken Seite unsere alten Applikationen in den alten BW-Systemen. Das kann entweder ein altes BW-System sein oder auch mehrere. Und auf der rechten Seite sehen wir unser neues BW-4HANA-System, was an dieser Stelle natürlich auch ein BW-on-HANA-System sein könnte, wo das Ganze hinwandern soll, was wir da migrieren. Und hier auf dem Schaubild ist schon sehr gut zu erkennen, dass der Migration Booster als eine Art Mediator fungiert, zwischen dem alten System und dem neuen System. Und wir sehen auch, dass es Migrationsprojekte gibt, über die die ganze Migration dann realisiert wird. Man kann die Migrationsprojekte als eine Art Offline-Workspace verstehen. Das heißt, wir können zunächst einmal die alten Objekte unserer Altapplikation in den Migration Booster bzw. in das Migration Booster-Projekt importieren, währenddessen die Umwandlung ausführen. Und dann haben wir unsere Applikation erstmal offline im Migration Booster zur Verfügung, um die Objekte dann weiter zu bearbeiten. Und diese Art von Bearbeitung kann sehr unterschiedlich sein. Wir können Objekte beispielsweise reduzieren bzw. erweitern. Wenn wir da mal über ADSO sprechen, dann haben wir während der Migration mit dem Migration Booster die Möglichkeit, Merkmale oder Kennzahlen aus den Info-Providern zu entfernen oder hinzuzufügen. Wir können die technischen Namen der Objekte relativ einfach ändern. Bei den Info-Objekten können wir auch technische Einstellungen verändern, also die Stammdateneinstellungen, die Texteinstellungen und so weiter. Und wenn wir das Ganze optimiert haben auf unsere neue Applikation im BW-4HANA-System, dann können wir das, sobald es fertig ist, exportieren in das Zielsystem. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das schauen wir uns nun in einer Live-Demo an. Bei dieser Live-Demo werde ich zunächst einmal Umbenennungsregeln definieren mittels eines Excel-Files. Das werde ich in das Migrationsprojekt laden. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir eine ganz kleine BW-Applikation durch das Migrationsprojekt schleusen, während der Migration Anpassungen an den Objekten machen, um das Ganze dann im BW-4HANA neu aufzubauen. Legen wir also los. Ich habe den Migration-Booster hier mittels der Performer-Suite schon geöffnet. Und was wir zunächst einmal sehen ist, dass es hier anscheinend schon ein paar Projekte gibt, mit denen Migrationsarbeiten vollzogen wurden. Wir legen für diese Demo ein neues Projekt an. Das nennen wir jetzt einfach mal Migration-Demo. Das Projekt bekommt also einen technischen Namen und eine Beschreibung. Und dann kommen wir auch schon zu den wichtigen Einstellungen für das Projekt. Und zwar muss ich zunächst einmal definieren, was ist denn mein altes BW-System, aus dem ich meine alte Applikation bzw. meine mehreren alten Applikationen migrieren will. Das ist in unserem Szenario jetzt ein altes BW mit der SID BE2. Und auf der rechten Seite kann ich definieren, wo das Ganze hinwandern soll. Das ist in unserem Fall das BW-4HANA mit der SID A4H. Wie Sie sehen, kann ich auch mehrere Quellsysteme hier angeben. Ich kann auch das Quellsystem identisch mit dem Zielsystem halten, um die Sachen vielleicht zurück ins gleiche System zu spielen. Das funktioniert auch. In unserem kleinen Szenario geht es nun darüber, eine alte Applikation von dem System BI2 Richtung System A4H zu migrieren. Darüber hinaus muss ich noch ein paar wichtige Spracheinstellungen machen. Diese Spracheinstellungen beeinflussen, welche Objektbeschreibungen ich während der Migration noch bearbeiten kann bzw. welche Objektbeschreibungen ich mitnehmen will während der Migration. Die Sprache, die ich hier oben rechts im Projekt einstelle, das ist die Sprache, die wir während der Migration noch manipulieren können. Und alle weiteren Sprachen, die ich einfach mitnehmen will, die kann ich hier unten einfach selektieren. Bevor ich das Projekt nun speichern kann, muss ich noch ein paar Basisobjekte in das Projekt laden. Dabei handelt es sich um sehr zentrale Infoobjekte, wie zum Beispiel die Zeitmerkmale oder die technischen Merkmale. Aber es handelt sich auch um Units, Currencies und weitere Basismerkmale, die für die Modellierung von Infoobjekten notwendig sind. Sobald ich das gemacht habe, kann ich das Projekt speichern und aktivieren und komme dann in meine Migrationsoberfläche, in mein Migrationsprojekt rein. Man kann hier oben jetzt schon ganz gut erkennen, dass es diverse Optionen gibt, die ich machen kann. Also ich kann alte Objekte in das Projekt importieren. Ich kann migrierte Objekte in das Zielsystem exportieren. Ich kann Reporting-Elemente, also Queries und weitere Reporting-Elemente kopieren von einem System zum anderen. Ich kann Umbenennungen pflegen und so weiter. Bevor wir jetzt ein ganz kleines Datenmodell über dem Migrationbooster migrieren, möchte ich Ihnen zeigen, wie die Umbenennungsfunktion, also die technische Umbenennung der Objekte funktionieren kann, falls Sie beispielsweise in einen neuen Namensraum wandern wollen während der Migration. Dazu kann man einen Excel-File vorbereiten, das sehr einfach aufgebaut ist. Ich zeige das gerade mal kurz. Wir haben hier also ein sehr simples Excel-Sheet mit vier verschiedenen Spalten. In der Spalte A beschreiben Sie den alten Objekttypen, den Sie da umbenennen wollen. Wir haben hier zum Beispiel ein Multiprovider oder ein Cube oder ein Merkmal. Dann haben wir in der Spalte B den originalen Namen im Altsystem, den ursprünglichen Namen und in der Spalte C haben wir den neuen technischen Namen. Und sollte es der Fall sein, dass Sie auch Objektbeschreibungen umändern wollen, dann können Sie das ebenfalls über diese Liste machen. Das machen wir hier beispielsweise beim Multiprovider, der zukünftig Purchase Orders in der Description stehen haben soll. Sie sehen also eine sehr simple Liste, in der wir definieren können, welche alten Objekte, welchen neuen Namen in der zukünftigen Welt bekommen sollen. Diese Liste kann ich also in mein Migrationsprojekt laden, indem ich hier oben auf Maintain Renamings klicke. Da kann ich auf die Option Upload Renamings gehen, kann das File auswählen und habe dann diese Einträge in einer zentralen Liste meines Migrationsprojektes zur Verfügung. Und der Vorteil ist, wann immer ich jetzt gleich Objekte durch dieses Migrationsprojekt schleuse, werden diese Umbenennungsregeln geltend gemacht. Das werden wir gleich machen. Für Sie ist es nur wichtig zu verstehen, diese Regeln, die gelten jetzt für das gesamte Projekt und wann immer wir gleich Objekte in das Projekt importieren, werden die definierten Objekte, die hier in der Liste stehen, auch entsprechend umbenannt. Das Ganze hat nicht nur eine Renaming-Funktion, auch hierüber kann man diese Konsolidierung machen, von der ich eben gesprochen habe. Man könnte mittels dieser Regelliste also definieren, dass zwei alte Infoobjekte ein gemeinsames neues Infoobjekt werden sollen. Das würde ebenfalls hierüber laufen. Schließen wir die jetzt und kommen zu dem Teil, wo wir unsere alte Applikation zunächst einmal in das Projekt importieren. Dazu wechsle ich kurz zu dem SystemScout und ich habe ein Datenmodell, was ich gerne migrieren würde. Das liegt unterhalb der Query 0 EPM MP01. Ich lasse mir den Datenfluss unterhalb dieser Query also noch mal kurz anzeigen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen Sie, alles sehr übersichtlich, wir haben einen Multi-Provider, der konsumiert Daten aus zwei verschiedenen InfoCubes und in der Eingangsschicht haben wir ein klassisches DSO. Ich kann jetzt also diese Objekte einfach markieren und kann mit einem Rechtsklick sagen, dass ich das Ganze für mein Migration-Booster-Projekt sammeln will. Das mache ich dann auch und wir selektieren das Projekt, was wir eben angelegt haben, also migration-demo und über den Assign-Button kann ich diese Objekte nun für die Migration sammeln. Das hat zur Folge, dass ich diese Objekte jetzt hier in dem Import zur Verfügung habe. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Option Import Entities from SAP. Das sind meine gesammelten Objekte und die kann ich per Drag & Drop in diese Import Area hier ziehen. Und jetzt gibt es noch ein paar Einstellungen, die ich machen kann. Ich kann zunächst einmal ein Level of Dependency einstellen. Dieses Level der Abhängigkeiten beeinflusst, inwiefern abhängige Objekte während des Imports mit importiert werden. Sie wissen, der Multi-Provider besteht aus zwei Info-Cubes. Diese Info-Cubes bestehen aus Info-Objekten. Diese Info-Objekte haben wiederum Attribute und diese Attribute haben wiederum Attribute. Und über dieses Level of Dependency kann ich steuern, bis zu welchem Level denn abhängige Objekte mit importiert werden. Und sobald ich das auf Null setze, wird alles bis in die Unendlichkeit mit berücksichtigt. Also alle nötigen Objekte, die ich zur Modellierung dieses Szenarios brauche, werden mit importiert. Und wir wollen natürlich, dass aus diesen Objekten BW4HANA Objekte werden. Das heißt, aus dem Multi soll ein HANA Composite Provider werden und aus den zwei Cubes und dem DSO sollen jeweils ADSOs werden. Das Ganze kann ich also nun starten und jetzt bekomme ich noch zwei Fragen gestellt. Einmal bin ich sicher, dass ich alle abhängigen Info-Objekte mit importieren will? Ja. Und möchte ich die Umbenennung, die wir zuvor per Excel gepflegt und hochgeladen haben, berücksichtigen während des Imports? Ja, das will ich auch. Jetzt geht das Tool also in das alte BW-System, sucht sich die ganzen Objekte raus und importiert sie in das Migration Booster-Projekt. Und während des Imports passiert die Konvertierung der Objektypen. Das heißt, der Multi wird jetzt zum Composite und Cube und DSOs werden zu ADSOs. Und die Namensumbenennungen, die wir gepflegt haben, werden ebenfalls sofort greifen während des Imports. Der Import ist jetzt schon abgeschlossen und ich kann mir nun anzeigen lassen, welche Objekte er jetzt im Projekt zur Verfügung hat. Wir sehen also, es gibt einen HANA Composite Provider, unser ehemaliger Multiprovider. Wir haben drei verschiedene ADSOs jetzt im Projekt. Das sind unsere ehemaligen Cubes hier und das ehemalige DSO. Und er hat natürlich diverse Merkmale und Kennzahlen importiert, für die wir ebenfalls Umbenennungen gepflegt haben. Auch hier lässt sich noch mal ganz kurz erkennen, was der ursprüngliche Name des Objektes war und was der zukünftige Name des Objektes sein wird. Schauen wir noch mal kurz zurück auf die Präsentation. Wir haben also zunächst einmal nichts anderes gemacht, als die Objekte der alten Applikation in das Migration Booster Projekt zu importieren und währenddessen die Umbenennung und die Konvertierung zu machen von den Objekten. Und da stehen wir jetzt. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz, welche Anpassungen man an diesen Objekten so machen kann. Zunächst einmal schauen wir uns das bei den Merkmalen an. Sie haben also die Option, Infoobjekte vor dem Export ins BW4HANA System noch anzupassen. Dazu kann ich das Ganze einfach mit einem Doppelklick öffnen. Wir sehen, aha, so ein Infoobjekt hat also Einstellungen, technische Einstellungen. So ein Infoobjekt kann Attribute haben oder auch Klammerungen und Referenzen. Und wenn ich da irgendwelche Sachen verändern will, dann kann ich das einfach machen. Ich kann hier beispielsweise ein Attribut einfach rauslöschen, weil ich das in der zukünftigen Applikation nicht mehr brauche. Was kann ich noch machen? Ich kann Objekte im Nachhinein noch umbenennen. Ich habe hier bewusst aus der Exit-Tabelle ein Objekt rausgelassen. Das ist dieses 0dnwpucs. Das können wir auch während oder nach dem Import der Objekte können wir das ebenfalls noch anpassen. Das heißt, ich habe die einfache Möglichkeit, den technischen Namen des Objektes zu ändern. Und das Schöne ist, der Migration Booster kümmert sich dann darum, dass dieses Objekt auch überall da verändert wird, wo es vorher verbaut war. Also in anderen Infoobjekten, in anderen Infoprovidern und so weiter. Bei den Infoprovidern ist es ähnlich. Wir können ADSOs verändern. Fangen wir mal an mit diesem Eingangs-ADSO, was ehemalig ein klassisches DSO war. Das öffnen wir ebenfalls mit einem Doppelklick und können den Aufbau sehen. Und in der neuen LSA++-Architektur, da nutzt man ja in der Regel den Corporate Memory Layer als Eingangsschicht. Und der Corporate Memory Layer hat in der Regel die Eigenschaft, dass die ADSOs hier feldbasiert sind, damit sie einfach weniger wartungsaufwendig sind. Eine schöne Funktion des Migration Booster ist es hier, dass wir ein Infoobjekt basiertes ADSO sehr, sehr schnell in ein feldbasiertes ADSO umwandeln können, indem ich hier beispielsweise auf die Funktion klicke. Wir sehen also, er hat aus allen Infoobjekten ein Felder gemacht und das Ganze können wir so abspeichern und haben sehr schnell ein feldbasiertes ADSO für den Corporate Memory Layer erzeugt. Bei den Cubes belasse ich es jetzt erstmal so. Wir sehen hier auch den Aufbau. Wir sehen auch, dass er aus diesem Cube ein ADSO gemacht hat, was alle Merkmale als Schlüssel trägt. Das bedeutet, der Migration Booster kümmert sich auch um die entsprechende technische Umwandlung des Objektes, so, dass das vorherige alte Objekt auch repräsentiert wird. Man kann hier Dimensionen entfernen oder Kennzahlen entfernen. Man kann auch Dimensionen hinzufügen. Das funktioniert ebenfalls. Das lasse ich jetzt mal weg, aber ich denke, Sie verstehen, dass es da die Möglichkeit gibt, Objekte zu erweitern bzw. Objekte zu reduzieren. Beim HANA Composite Provider ist es so, dass man diesen grob auch erweitern kann. Wir sehen, dass das ein Union aus den ehemaligen Cubes ist, also hier jetzt ADSOs. Auch hier könnte ich jetzt noch den Union über gewisse ADSOs erweitern, wenn ich das machen will. Wir belassen es bei diesen Änderungen. Wir haben also unseren HANA Composite Provider. Wir haben unsere ADSOs und diverse Merkmale und Kennzahlen. Und damit wandern wir jetzt zunächst einmal in unser BW4HANA System. Okay, dazu gehe ich hier oben auf die Option Export Entities to SAP. Wähle hier meine Objekte aus, die ich gerne exportieren will, also mein HANA Composite Provider und die drei ADSOs. Ziehe die per Drag & Drop in die Export Area hier und wir sehen, Aha, er sammelt automatisch alle Info-Objekte, die er zur Modellierung dieses Szenarios zukünftig im System braucht. Ich wähle dann noch das Zielsystem aus, unser A4H, also unser BW4HANA System. Und ich muss natürlich noch eine Info-Area setzen, wo diese Objekte denn angelegt werden sollen im Zielsystem. Dazu habe ich eine Info-Area namens Set Migration im Zielsystem angelegt. Da kommen sowohl die Info-Objekte als auch die Info-Provider hin. Man kann natürlich für einzelne Objekte individuelle Info-Areas definieren. Ich mache das jetzt aus Bequemlichkeitsgründen alles in eine Info-Area rein. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass wir diesen Export erst prüfen müssen, bevor wir ihn wirklich durchführen können. Das sehen wir auch hier unten. Also ich muss zunächst einmal den Export checken, bevor ich ihn starten kann. Das hat den einfachen Grund, dass wir Inkonsistenzen vermeiden wollen während des Exports. Sprich, der Migration-Booster soll erstmal prüfen, ob dieser Export so konsistent ist und ob es vielleicht irgendwelche Inkonsistenzen geben könnte. Dazu kann ich hier auf Check Export klicken und damit füllt sich die Status-Spalte hier, die wir sehen. Und da kann es unterschiedliche Meldungen geben. Was wir zunächst einmal prüfen ist, ob es ein Objekt, was wir hier für den Export definiert haben, vielleicht schon bereits ein Zielsystem gibt. Es kann ja sein, dass Sie dieses Info-Objekt vorher schon mal exportiert haben oder vorher manuell im Zielsystem angelegt haben. Und sobald das der Fall ist, dass es das Objekt schon gibt, das haben wir hier oben zweimal, dann wird dieses Objekt nicht nochmal exportiert, sondern wir benutzen dann einfach das Objekt, was bereits im Zielsystem liegt, um die Modellierung hier durchzuführen. Alle Objekte, die es noch nicht gibt und so angelegt werden können, bekommen den Status Ready for Export. Das ist jetzt hier der Fall bei den ganzen Info-Objekten und auch bei den Info-Providern. Wie gesagt, manche Objekte gibt es bereits. Das sehen wir hier ganz deutlich. Das ist kein Showstopper. Das bedeutet nicht, dass der Export nicht durchgeführt werden kann. Das bedeutet einfach nur, dass wir dann die Objekte nehmen, die bereits im Zielsystem liegen, um die Info-Objekte hier zu modellieren. Ich habe in diesem Fall natürlich keine Fehlermeldung und habe dadurch die Möglichkeit, jetzt den Export zu starten. Jetzt geht die Applikation mit Funktionsbaustein in das BW4HANA-System und legt zunächst einmal die ganzen Info-Objekte an. Nachdem die Info-Objekte angelegt wurden, werden sie gemeinsam aktiviert und dann führt der Migration Booster das Ganze mit den Info-Providern fort. Während das Ganze läuft, können wir uns das vielleicht auch mal kurz anschauen. Ich habe also hier unser A4H BW4HANA-System im Eclipse geöffnet und das war ja diese Info-Area, die wir als Ziel angegeben haben. Wenn wir die jetzt mal aktualisieren, dann sehen wir, aha, er legt also schon die ganzen ZNW-Merkmale, die vorher Business-Content-Merkmale waren, entsprechend an. Genau, sobald er diese Info-Objekte aktiviert hat, das macht er jetzt gleich, kann er mit den Info-Providern fortführen. Das ist jetzt der Fall, also er fängt jetzt an, erst die ADSOs zu anzulegen und zu aktivieren und dann den HANA-Composite-Provider zu aktivieren und zu anzulegen. Auch das schauen wir uns noch mal kurz an. Also jetzt gerade haben wir noch Merkmale und Kennzahlen und wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, dann sehen wir, aha, wir haben also jetzt den Composite-Provider und wir haben die drei ADSOs im Zielsystem vorhanden. Und wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen, dann können wir auch noch mal sehen, wie konsequent der Migration-Booster denn die ganzen Objekte umbenannt und ersetzt hat. Also wir sehen hier, dass diverse ZNW-Objekte, also ZNW ist ja unser neuer Namensraum, dass hier diverse ZNW-Objekte existieren. Er hat also nicht nur die Info-Objekte umbenannt, sondern er hat sie an allen Stellen ersetzt, wo sie in den Info-Providern verbaut waren. Damit ist unsere Migrationsarbeit natürlich noch nicht fertig. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Reporting-Elemente. Dazu springen wir jetzt noch mal zurück in unser Migrationsprojekt. Und Reporting-Elemente, also Queries etc. können wir über die Funktion Copy Reporting Elements kopieren. Ich öffne diese Funktion und jetzt sehen wir, dass ich auf der linken Seite zunächst einmal mein altes System auswählen muss, wo meine alten Queries liegen. Dann wähle ich hier noch den Objekttyp Query aus und damit bekomme ich eine Liste aller Queries, die in dem System BI2 zur Verfügung stehen. Auf der rechten Seite muss ich mein Zielsystem, also mein neues BV4HANA-System auswählen und das Zielobjekt, wo die Query drauf kopiert werden soll. Das ist in unserem Fall ja der HANA Composive Provider, der neue. Und auf der linken Seite wähle ich also jetzt meine Query aus, die ich kopieren will. Sobald ich die Query und den neuen Zielprovider ausgewählt habe, kann ich das Ganze mit Next bestätigen. Und damit komme ich in eine Mapping-Ansicht. Was wir zunächst einmal sehen, sind die einzelnen Reporting-Elemente, die diese Query verwendet mit ihrem alten technischen Namen. Das ist das, was wir in der Spalte Source sehen. Und auf der linken Seite sehen wir die Reporting-Elemente, wie sie im Zielsystem heißen sollen. Und wenn Sie jetzt genau hinsehen, dann sehen Sie, dass das jetzt gerade noch ein 1 zu 1 Mapping ist. Dass wir also jetzt in diesem Zustand einfach das Merkmal 0dnwp-oos zum Merkmal 0dnwp-oos mappen würden. Wenn Sie jetzt vorsichtig aufgepasst haben oder gut aufgepasst haben, dann werden Sie denken, so kann die Kopie der Query ja gar nicht funktionieren, weil wir diese ganzen 0d-Objekte ja umbenannt haben. Die haben ja alle neuen technischen Namen, der irgendwie mit Znw anfängt. Und genau das Gleiche wird Ihnen der Konsistenz-Check bei dieser Query-Kopie auch sagen. Das heißt, wenn Sie prüfen, ob Sie diese Kopie so durchführen können, dann wird Ihnen der Migration-Booster in der Statuszeile sagen, ob das geht oder nicht. Und wir sehen jetzt, aha, hier gibt es diverse rote Einträge. Und da stellt der Migration-Booster klar, dass die Kopie so nicht möglich ist, weil zum Beispiel hier diese Objekte im Zielprovider gar nicht existieren. Dass gewisse Basis-Objekte am Zielprovider nicht existieren. Hier haben wir zum Beispiel eine Variable, die auf dem Info-Objekt 0dnwp-oos basiert und dieses Basis-Objekt gibt es nicht. Das Gleiche sehen wir hier unten auch nochmal für Display-Attribute bzw. für Navigations-Attribute. Wir können diese Kopie also so gar nicht machen. Wir müssen zusehen, dass wir das irgendwie auf neue Elemente mappen, auf neue Info-Objekte. Und wenn Sie sich an den Anfang der Web-Session oder der Live-Demo erinnern, dann haben Sie sicherlich noch im Kopf, dass wir ja eine zentrale Liste haben, wo die Umbenennung der Objekte zentral festgelegt wurden. Und auf diese zentrale Liste können wir natürlich auch während der Query-Kopie zugreifen. Das heißt, es gibt hier die Option Propose Replacement of Technical Names. Und wenn ich die ausführe, dann wird in der Spalte A jetzt Folgendes passieren. Also in dieser Spalte werden die neuen Objekte entsprechend umbenannt. Das mache ich jetzt mal und Sie sehen, aha, jetzt hat er an diversen Stellen die alten Objekte auch in der Reporting-Schicht auf die neuen Namen umgemappt. Jetzt gibt es hier noch ein paar weitere Anpassungen, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel die Query komplett umbenennen. Die sollen einen neuen Namen kriegen. Auch die Variablen sollen einen neuen technischen Namen kriegen. Auch die CKFs, HC01 und die RKF sollen umbenannt werden. Das liegt ja jetzt alles auf einem neuen HANA Composive Provider. Und sobald ich das durchgeführt habe, kann ich den Konsistenz-Check erneut ausführen. Und jetzt wird mir die Applikation sagen, so sieht es wesentlich besser aus. Also es gibt zwar gewisse Elemente nicht, aber die kann ich so im Zielsystem anlegen. Das ist kein Problem. Und Elemente, die er findet, da wird er mir sagen, okay, das passt, das existiert. So kann ich die Query von BI2 nach A4H kopieren. Dazu muss ich nur noch Apply Target Values klicken und Start Creation klicken. Da kommt dann jetzt noch ein Return Code 0. Das heißt, alles ist sauber kopiert worden. Und wenn wir das Ganze nochmal in Eclipse betrachten, dann müssen wir hier jetzt nochmal den Ordner aktualisieren. Und wir sehen, aha, er hat die Query kopiert und die berechneten und eingeschränkten Kennzahlen. Strukturen würde er ebenfalls kopieren. Also wirklich die Query bis in die letzte Detaildefinition heraus. Und wenn wir uns die Query mal anschauen, dann sehen wir, dass er auch hier alle alten Business Content Objekte durch ZNW Objekte ersetzt hat. Das heißt, die Umbenennung ist konsequent passiert. Und das macht er sogar in bis zu einem solchen Detailgrad, dass selbst die Formeln von berechneten Kennzahlen umgeändert werden. Das sehen wir hier. Er hat also auch hier ZNW Objekte in der neuen Calculated Key Figure. Bei eingeschränkten Kennzahlen ist es so, dass er da die Einschränkungen, die Selektion anpasst. Das heißt, auch hier werden dann ZNW Objekte verwendet. Und das alles basierend auf dieser zentralen Umbenennungsliste. Wir sehen also, es war möglich, trotz der massiven Änderung an der Applikation, alte Bestandteile der Reporting-Schicht einfach wieder zu verwenden, mitzukopieren. Das ist was, was Sie im SAP-Standard nicht machen werden können. Das ist was, was nur der Migration Booster kann. Also während der Migration aufräumen, neue Namen vergeben, konsolidieren, reduzieren das Ganze. Und trotzdem viel von der alten Applikation wieder zu verwenden, um das Ganze dann letztendlich neu aufzubauen. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben also nun Folgendes gesehen. Wir haben aus einem alten BW-System eine alte Applikation gewählt. Die haben wir selektiert und haben die Info-Provider und Info-Objekte in das Migration Booster-Projekt importiert. Da haben sowohl Umbenennungen stattgefunden, als auch die Konvertierung der Objekttypen. Wir haben gesehen, dass wir die Objekte einzeln noch anpassen konnten in den technischen Einstellungen und in dem Aufbau. Und sobald wir damit fertig waren, haben wir das Ganze in ein BW-4HANA-C-System exportiert. Und als das Datenmodell dann da war, konnten wir am Schluss die Query über den Migration Booster kopieren, obwohl der darunterliegende Info-Provider sehr starke Veränderungen erfahren hat, wenn wir jetzt zum Beispiel über die technischen Namensänderungen sprechen. Genau. Es gibt dann noch ein paar weitere Funktionen. Sie können zum Beispiel Backup-Dateien von bestimmten Queries erzeugen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie nicht wissen, ob diese Queries zukünftig noch gebraucht werden. Da gibt es ja oftmals eine Auseinandersetzung mit den Fachbereichen, die eher tendenziell dazu neigen, alles immer migriert haben zu wollen, weil sie alles brauchen. Die IT versucht natürlich, den Migrationsaufwand zu reduzieren. Und dementsprechend werden Sie in die Situation kommen, dass Sie gewisse Queries vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt doch migrieren wollen. Dazu können Sie mit dem Migration Booster die Queries als Backup-Dateien wegspeichern auf den SharePoint oder so, um dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Alt-Systeme schon abgeschaltet sind, das Ganze doch zu kopieren. Das ist noch eine nette Zusatzfunktion. Das heißt, Sie erzeugen Backup-Dateien und während der Query-Kopie können Sie diese Backup-Dateien dann auswählen, um die Query-Kopie durchzuführen, wie wir es gerade eben schon gesehen haben. Genau. Dazu komme ich zum Ende dieser Web-Session. Ich will hoffen, Sie haben erkennen können, in welchen Fällen der Migration Booster bei Migrationsszenarien unterstützen kann und welche Funktionalitäten er bietet, die im SAP-Standard nicht so einfach möglich sind. Und ich hoffe auch, dass Sie erkannt haben, wie schnell solche Migrationsprozesse dann auch durchgeführt werden können. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was unsere Produkte angeht. Schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info-at-blootelligence.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Tschüss.